So, das Wetter ist perfekt. Wenig Wind warm, wie man sieht. Dann werden wir das Projekt Milchbeutel starten. So, das Wetter ist perfekt. Da steckt er noch, der Pfeil. Die Leonie kommt ganz begeistert. So, das Wetter ist perfekt. 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 Jetzt schießt mein Papa diese Milchböchse. So, das Wetter ist perfekt. 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 Milchbäck sei hier drauf. Tschüss. Das Projekt Milchtüte. Niemand weiß, wie es ausgehen wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war voll cool.